Da bin ich ja froh. Ach, komm, wir haben Zeit. Was? Nein! Oh. Oh. Ach, das ist ja so ein... Nein. Das ist so ein durchgehendes Förderband, wie bei Galeria Kaufhof, wenn's Essen weggeht. What? Du musst ja noch mehr mit Portalen arbeiten. Nein, ich mach hier grad was völlig falsch. So, nein, ich mach hier doch was richtig. Äh, äh, ei, ei, ei. Nee. Scheiße. Das ist ja kacke. Ich mag das nicht. Scheiß. Okay. Jetzt wird's lustig. So. Jetzt kann ich nie wieder zum Galeria Kaufhof gehen. Äh, nein, ich muss doch da. Hilfe. Äh. Scheiße. Halt. So. Nein, ich bin doch viel zu weit. Ah, Hilfe, nimm mich mit. So. Ähm. Ähm. Wenn ich hier mach und dann da mach. Höpa. Äh. Äh. Wenn ich. Äh. Das war, ich glaub, eine Runde zu langsam. Dann warte ich mal kurz. Äh. Okay. Also. Das Tablett kommt hier angefahren. Zack. Und wenn ich jetzt hier mach. Nein. Und dann. So. Nein. Warum? Ich hab mich doch geportet. Was ist denn das Problem? Hey. Achso, weil ich da. Mäp. Hab ich mich jetzt exakt da. Das gibt's doch nicht. Warum? Ich hätte mich zwei Meter weiter, dann hätte es gepasst, oder wie? Ist doch von Arsch. Alter, das ist doof. Äh. Tablett. Komm, 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 komm. Zack. Zack. Na. Jetzt hab ich's scheiße platziert. Entschuldigung. Ich hab es scheiße platziert. Einmal. Zweimal. Oh. Wann kommt das Tablett? Da kommt's. Wupp. Und wupp. Und. Wupp. Und. Wupp. Nein. Boah. Platz hat es mal ein bisschen sauberer. Ah, das... Sieht gut aus. Geht das so nicht? Das müsste doch gehen. Freunde. Ich bin doch faul. Das muss doch gehen. Guck mal da. Aha. Wenn man es nicht zufällig da platziert, geht's ja wohl so. Guck mal da. Wichtiger Testbarber hat zerstört. Hm, hm. Da oben müssen wir irgendwas aktivieren. Da zumindest nur dieses Ding hier. Hier gibt's einen Knopf. Hier gibt's einen Knopf. Hm. Ich hab' es noch nicht ganz verstanden. Da ist der Ausgang. Dieses Ding geht runter, wenn wir da drinnen sind. Und dazu müssen wir den Knopf drücken. Und hier können wir auch noch was machen. Ja, wir müssen beide Tore. Das heißt, am Ende brauchen wir ein Portal. Äh, die Frage ist, was macht denn das Ding da? Ach, das muss da auch noch treffen. Oh Gott. Äh. Wir brauchen Portale, um zu den Knöpfen zu kommen. Um die Tore aufzumachen. Und dann brauchen wir Portale, um... Oder brauchen wir keine Portale. Sind wir schnell genug mit den Dingern. Das heißt, wir bräuchten dann hier... Portal 2. Oder ist das... Ne, 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 ne. Hier ist das. Und das ist da. Pass auf. Hm. Jetzt fragt sich nur, ob wir so schnell genug sind. Niemals. Das dauert doch ewig. Das dauert doch ewig, was ich hier mache. Das dauert so lang. Äh. Okay. Wenn ich da drin bin und baue mir ein Portal da hin. Und baue mir dann ein Portal da hin. Ja. Gut. Das war doof. Jetzt habe ich mich gerade vor lauter... ...taktischem... ...Blödsinn darauf nicht mehr konzentriert. Also wir haben gesagt, wir bauen hier... Das Ding kann hier rumspinnen, wie es will. Wir bauen hier Portal 2. Da drüben Portal 1. Wir drücken den Knopf, gehen da hin, drücken den zweiten Knopf. Dann kümmern wir uns um den Ping. Ich nenne den jetzt einfach Ping. Den King Ping. So. Guck mal da. Wir drücken den Knopf. Wir rasen da drüber. Drücken den Knopf. Und dann... ...bauen wir hier... ...2... ...1. Zack. Nein! Wollt ihr mich verarschen? Bah. Das gibt's doch nicht. Also wir bauen Portal 1. Portal 2. Immer schön aufpassen. Oh ne. Jetzt ping mal das scheiß Ding da weg. Ach Gott. Wart mal. So. Nein! So, da kann's jetzt rumeiern. ... ... ... ... ... Knopf 1. Knopf 2. Jetzt machen wir hier. 1. 2. Wissen Sie, dass Sie die Mädchen selbstwertfroh von Aperture Science 1 oder alle ihre Organe schmecken können? Ganz echt. Das ist ja toll. Warum so... Habe ich überhaupt Organe? So. Level up. Da hatten wir nochmal Glück gerade. Äh, ich weiß, moderationstechnisch hier labere ich eigentlich mehr, was ich da Rätsel löse. Äh, ich könnte auch reden, dass gerade die Sonne scheint und wir blauer Himmel haben, was voll geil ist. Äh, und dass es, äh, 10.58 Uhr ist, aber ich, äh, konzentriere mich doch lieber ein bisschen aufs Spiel. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militär-Androiden ersetzt. Oh, das ist auch gut. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Danke. Moment. Guck mal da. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja. Bitte lass mich runter. Gute Nacht. Gute Nacht. So ist es gut gemacht. Wichtiger Testapparat zerstört. Ja. Kann ich da nicht durchranen? Ich höre, wuaah. Ah, ich halte einiges aus. Ich seh dich. Kann ich die sich nicht selbst bekämpfen lassen? Fällt mir da gerade ein. Pass auf. Was soll das? Äh. Das ist nicht gut. Fahre runter. Ne, nix da. Fahre runter. Ey. So, Mann. Mann, ich muss ich... Scheiße. Kann ich das Ding wieder reaktivieren? Fahre runter. Da bist du. Da bist du. Da bist du. Fahre hoch. Bist du. Ach ja. Suche. Schlafmodus aktiviert. Jetzt ist aber eh gut, dass es neu gespeichert wird. Denn ich habe hier eine ganz andere Idee, die ich mir aus Half-Life mal klaue. Und zwar, pass mal auf. Hihi. Achso, die beschießen sich selbst nicht. Okay. Und tschüss. Nicht. Nein. Ritischer Fehler. Gar nicht gut. Ja. Hallo. Guten Tag. So. Hallo. Ach ja. Nix, Freund. Guck mal da. Wand. Dass du stehst. Huch. Wieso brauche ich das? Was tut das? Ach was. Was mache ich hier? Was bringt mir das? Halt. Was bringt mir das hier? Was bringt mir das hier überhaupt irgendwas? Ist das wahrscheinlich einfach nur irgendein Geheimraum, oder? Hm. So, ich kleime jetzt natürlich auch mit den Dingern hier. was bringt mir das hier. Beim, 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 beim. Das klingt. Oi, 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 oi. Hallo? Nix da. So, wenn ich jetzt hier... Eeeh. So. Nein! Ah, Mann! Okay, es ist doch ein bisschen schwieriger hier. Hmm... 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 Hmm...